Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Stefan und ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Quick-Tipp zum Thema Lightroom und da zum Thema Vorher-Nachher-Ansicht und wie ich die so ein bisschen manipulieren kann, um verschiedene Bearbeitungsschritte da in der Vorher-Ansicht anzeigen zu lassen. Viel Spaß damit! Ja, bevor ich anfange, ganz kurzer Hinweis. Ich würde mich freuen, wenn du mal auf Instagram bei mir vorbeischaust. Da gibt es immer wieder viele neue Bilder, jetzt gerade aus Dubai und New York. Da war ich ja vor kurzem erst und da veröffentliche ich fast jeden Tag eigentlich jetzt ein neues Bild und ich würde mich natürlich freuen, dich da wiederzusehen und ja, check's einfach mal aus. Stefan Schäfer, 90, alles zusammengeschrieben. Ich habe jetzt hier auch gerade ein aktuelles Bild aus Dubai und ich möchte dir jetzt hier anhand dieses Beispiels mal kurz zeigen, was ich meine mit der Vorher-Nachher-Ansicht manipulieren. Es gibt verschiedene Situationen, wo ich mir mal die Vorher-Nachher-Ansicht anzeigen lassen möchte. Das kann ich ja ganz einfach tun mit der Y-Taste. Wenn ich die einmal drücke, dann komme ich hier in die Vorher-Nachher-Ansicht rein und ich habe jetzt hier links die Vorher-Ansicht. Das ist meine linke Seite, wo mir das Bild quasi out of the cam angezeigt wird, also die nackte RAW-Datei und hier rechts die Nachher-Ansicht. Ich habe hier schon ein bisschen was getan, wie du hier an den Reglern siehst. Ich habe ein bisschen Kontrast angepasst, Lichter und Tiefen bearbeitet. Mehr habe ich hier noch nicht getan, aber so weit ist hier der Bearbeitungsstand. Und jetzt möchte ich dir anhand dieses Beispiels mal zeigen, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehen möchte und zum Beispiel einen Farblook drüber legen möchte, dann möchte ich die Situation mal erschaffen, dass ich mir dann ein Vorher-Nachher-Ansicht anzeigen lassen kann, wo ich quasi jetzt hier meine rechte Seite auf die linke Seite packe als Vorher-Bild und dann den Farblook mit drüber gelegt auf der rechten Seite hier angezeigt wird. Und das ist ja so erstmal nicht möglich, wenn ich hier einfach die Vorher-Nachher-Ansicht anzeigen lasse. Dann passiert ja immer wieder das Gleiche, dass hier nämlich mein aktuelles oder beziehungsweise mein nacktes RAW-Bild einfach angezeigt wird. Aber wie das jetzt funktioniert, möchte ich dir gleich mal zeigen. Ich werde jetzt hier einfach mal kurz einen Farblook erstellen. Das muss jetzt kein wirklich schöner sein. Ich möchte dir jetzt einfach nur mal zeigen, was hier passiert. Das heißt, ich mache das Ganze hier ein bisschen mehr Richtung gelb und werde jetzt hier das Ganze einfach noch ein bisschen intensivieren. Das soll jetzt gar nicht wirklich schön aussehen. Das tut es auch überhaupt nicht. Aber mir geht es jetzt hier einfach erstmal nur um den Faktor einfach dir das Ganze hier mit dem Vorher-Nachher zu zeigen. So, also wirklich nur ganz kurz mal schnell was drüber gelegt. Wenn ich jetzt hier wieder Y drücke, dann haben wir hier immer noch genau das Gleiche wie gerade eben. Nämlich, dass hier das nackte RAW angezeigt wird. Und auf der rechten Seite wird hier jetzt mein Bild mit Farblook angezeigt. Aber das möchte ich jetzt ändern. Und das kann ich tun, wenn ich jetzt hier einfach mal mein linkes Bedienfeld noch öffne. Dann habe ich ja hier das Protokoll. Und mit diesem Protokoll, da kann ich jetzt auch genau sehen, was ich jetzt hier für Bearbeitungsschritte gemacht habe. Vor dem Video, wie gesagt, habe ich hier schon mal die Tiefen, die Lichter und den Kontrast angepasst. Das heißt, ich bin jetzt hier bei dem Feld Temperatur eingestiegen in dem Video. Und genau das möchte ich jetzt hier auch mal bringen. Das heißt, ich werde jetzt hier meinen letzten Bearbeitungsstand nehmen, bevor ich angefangen habe mit meinem Farblook. Und das ist hier der Punkt Kontrast. Und den nehme ich jetzt einfach mal, drücke hier die linke Maustaste und ziehe den jetzt einfach mit gedrückter Maustaste hier auf das linke Bild. Und jetzt siehst du auch schon, dass wir jetzt hier das Vorherbild manipuliert haben. Das heißt, das Vorherbild ist jetzt der Bearbeitungsstand, bevor wir mit dem Video hier angefangen haben. Und das ist jetzt sehr cool, weil ich kann jetzt hier überprüfen, wie der reine Bildlook sich auswirkt auf das Foto. Und meine anderen Bearbeitungsschritte sind trotzdem hier in dem Vorherbild drin. Ich kann jetzt hier nochmal die Y-Taste drücken, dann bin ich aus diesem Modus wieder raus. Und jetzt kann ich auch mit Shift und V zum Beispiel das Ganze in das Vorher-Nachher bringen. Und du siehst jetzt hier auch, hier oben wird mir jetzt vorher angezeigt. Immer wenn ich Shift und V drücke, dann ändert sich das hin und her. Aber ich bin jetzt hier in dem Vorher-Modus. Auch hier wird mir jetzt quasi alles angezeigt, wo ich schon Kontrast und Lichter und Tiefen eingestellt habe. Das ist sehr, sehr cool. Und ich kann jetzt hier auch wieder in den Vorher-Nachher-Modus mit Y reingehen. Und ich kann das Ganze auch wieder zurücksetzen, indem ich hier einfach dann den ersten Schritt nehme. Nämlich das Importieren auch wieder mit gedrückter Maustaste hier einfach raufgezogen. Und dann habe ich diesen ganzen Schritt wieder rückgängig gemacht. Das ist einfach nur mal ein kurzer Quick-Tipp hier gewesen. Weil ich denke, gerade wenn es so um das Thema Farblooks und so weiter geht, dann ist es doch ganz schön, wenn man sich hier nicht immer das komplette Vorher-Bild anzeigen lässt. Sondern die Bearbeitungsschritte, die man davor schon gemacht hat mit Kontrastanpassungen und so weiter, die können da durchaus drin bleiben. Und ja, einfach eine ganz schöne Möglichkeit, wie man hier Lightroom noch besser nutzen kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen dazu hast, stell sie gerne unten in der Kommentarfunktion. Ich freue mich da immer, wenn ihr fleißig kommentiert. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere natürlich meinen Kanal und verpasse keine weiteren Videos mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.